Wir können endlich über die zweiwöchige Lehre sprechen, das Kapitel 1123. Es ist trotzdem nicht so spektakulär, wie wir es in der letzten Zeit gewohnt waren, aber, so wie ich es zumindest finde, ein schöner Abschluss für das ganze Egghead-Geschehen, mit Informationen, die für die Zukunft von One Piece noch deutlich wichtig werden. Also Freunde, wir gehen jetzt in die Nachbesprechung rein. Damit ihr auch weiterhin auf den Laufenden bleibt, vergesst nicht einen Abonnenten da zu lassen und ich wünsche euch viel Spaß beim Watch. Natürlich vorneweg wie immer die Cover-Story. Wie schon in den Spoilern angemerkt, geht es darum, dass Yamato zusammen mit den Kindern isst. Denjiro hat die kleinen Kinder pseudomäßig bestraft dafür, dass sie Yamato abgeworfen haben und hat sie dazu verdonnert, mit derjenigen Person zusammen zu essen, die sie hassen. Dadurch werden sie zusammen Freunde, zumindest sowas in der Art, das Kriegsbeil wird begraben und selbstverständlich ist das alles kein krasser Plot. Es wird einfach nur aufgezeigt, dass in Wahn unter Frieden eingekehrt ist und wie sich so langsam das Land zum Besseren verändert. Jetzt kommt aber das richtige Geschehen auf uns zu. Also, so wie auch schon im letzten Video gesagt, sind tatsächlich alle Marineeinheiten umgefallen vom Königshaki. Die Vize-Admiräle haben einfach nur, man könnte sagen, etwas länger gebraucht bis zum K.O. gehen, aber Joy Boys Haki ist wirklich so stark, dass es einfach alles umhauen kann. Es gibt jedoch eine kleine Ausnahme und das sind die Seraphim. Sie sind tatsächlich stark genug, um dem zu widerstehen und Esnake versucht ja auch unter anderem die Marine aufzuwecken, damit sie die Strohhüte nicht entkommen lassen. Sie sind ja aktuell in Anführungszeichen auf Böse programmiert und deswegen versuchen sie immer noch mit Biegen und Brechen die Flucht zu verhindern. Ist aber eigentlich auch nur ein nettes Detail von Oda. Es trägt keine Früchte, sie werden nicht erfolgreich sein und den Riesen sowie den Strohhüten gelingt eine tolle Abreise. Auf den L-Bahn-Schiff sieht man Raffi, wie er versucht, Emmett zu danken. Natürlich kommt das alles nicht ganz an, denn Emmett ist, so wie es aussieht, erstmal tot. Ob er vielleicht auf die eine oder andere Art und Weise zurückkehren kann und ob ihn Saturn nicht komplett zerschrottet ist, abzuwerten. Aber klar, diese Danksagung an Emmett besiegelt auch nochmal diese Storyline sehr schön mit so einem kleinen, bitteren Nachgeschmack. Auch sehr interessant, Boogie und Woogie wissen ja nicht nur über Haki Bescheid, sie scheinen sogar es richtig zu besitzen. Zumindest vor Ahnungshaki, denn laut eigener Aussage können sie die Präsenz der Feinde nicht mehr fühlen. Ich frage mich nur persönlich, wo das davor so war, zum Beispiel zu Little Garden Zeiten. Aber klar, an sich passt das ja zu ihnen. Sie sind wahrscheinlich eine der stärksten Riesen überhaupt und das spricht ja eigentlich auch schon für sich. Dann bekommen wir aber auch nochmal so ziemlich die Bestätigung, wie stark Joy Boy so eigentlich sogar ist. Sie vergleichen nämlich sein Haki mit dem von Chanks, beziehungsweise sie sagen, es könnte sogar ziemlich gut möglich sein, dass das Haki, was sie gerade gespürt haben, sogar noch krasser ist. Weiter im Text ist aber auch so langsam der Frieden eingekehrt. Bonnie ist endlich mit Kuma vereint, auch Zorro kann sich entspannen, Lissop bekommt endlich seine Reunion mit Boogie und Woogie und der mittlerweile ausgelaugte Ruffy befindet sich jetzt in Nami Schuss. Bei Sanji ist es jedoch gerade nicht so ganz mit der Ruhe, denn ihn plagen immer noch so ein paar Gedanken rund um Vegapunk. Vegapunk ist ja jetzt ganz aktuell als Tod deklariert, seine Leiche wurde mitgenommen, befindet sich auch aktuell auf dem Schiff und Sanji erinnert sich an die letzten Worte von Dr. Vegapunk. Und genau das triggert auch einen Flashback, der größtenteils damit auch zusammenhängt. Nämlich die zweiwöchige Lehre und der Namensgeber für das Kapitel. Damit es nicht allzu trocken wird, ich meine die Informationen sind jetzt nicht so relevant, versuche ich das mal ein bisschen zusammenzufassen. Es geht ja darum, dass Shaka bemerkt hat, dass paar Energieinformationen nicht so ganz gestimmt haben. Gerade auch was die Zufuhr zu den Seraphim angeht. Er hat das bei Pythagoras angesprochen, er hatte ganz andere wilde Daten und dann haben sie zu dritt zusammen mit Vegapunk Stella festgestellt, dass es sehr wahrscheinlich einen Verräter gibt. Zuerst wurde Lilith verdächtigt, weil, naja, sie hatten zu dritt alle ein Alibi und Lilith ist einerseits der böse Vegapunk, was eigentlich schon ausschlaggebend genug sein sollte und andererseits ja auch natürlich so ein kleiner Unruhestifter. Das Ganze wurde aber weiter unter die Lupe genommen und auf einmal kam aber trotzdem dabei heraus, dass es Yorke eigentlich war. Sie hat Aufzeichnungen und Erinnerungen gefälscht, manipuliert und falsche Daten hochgeladen. Und dann kam so der Rattenschwanz raus. Mit der Mutterflamme, mit den Fünfeißen, einfach alles. Natürlich hat Vegapunk auch seinen Fehler eingesehen, dass er Lilith verschuldigt hat und festgestellt, dass es selbstverständlich ein Fehler war, aus Gier eine Person zu erschaffen. Und so kam es dann eben zu diesem, in Anführungszeichen, Masterplan. Die drei Vegapunks mussten ihre Vorbereitung treffen. Das heißt, diese eine Aufnahme starten, das ganze Leluzia-Ereignis analysieren und für ihren zukünftigen Tod auch alles vorbereiten. Gerade für sie war es im Grunde genommen nur eine Frage der Zeit. Es gab keinen Plan B, keine zweite Möglichkeit, wie sie das alles vielleicht überleben. Und so hat Vegapunk zum Beispiel auch den antiken Roboter zumindest innerlich für die Übertragungsschnecke umgebaut. Und auch nochmal ein wichtiges Detail, was in den Spoilern nicht stand. Vegapunks Erfindung, die sozusagen künstliche Himmelsinseln erschaffen kann, die auch schon auf Ecke zum Einsatz gekommen ist, soll hoffentlich der Menschheit noch weiter dienen können. Gerade auch, wenn die bevorstehende Flut bevorsteht. Super Gedanke auf jeden Fall von ihm. In der One Piece Welt gibt es extrem viele hochgelegene Orte, wie eben zum Beispiel die Himmelsinseln. Normalerweise eigentlich nichts, worauf normale Menschen irgendwie hochkommen, aber dafür auf jeden Fall ein Ort, der irgendwie zumindest teilweise vor den bevorstehenden Katastrophen bestimmt sicher ist. Was wir aber nochmal ansprechen müssen, ist nochmal die Tatsache, dass Vegapunk ja nochmal sich geäußert hat, zu dem imperfekten Zustand der Mutterflamme. Es ist ja so, das steht ja auch schon länger im Raum, Vegapunk hat ja immer von Anfang an geträumt, der ganzen Menschheit diese unendliche, potente und reine Energiequelle zu geben. Das ist eigentlich die Mutterflamme auf unserem Stand. Wir haben gesehen, was ein ganz kleiner Teil für eine Massenzerstörungskraft in sich trägt. Aber laut eigener Aussage ist sie ja immer noch nicht vollkommen. Aber was genau soll das bedeuten? Heißt es, dass sie vielleicht nie wieder aufgebraucht werden kann? Soll es tatsächlich eine komplett unendliche Energiequelle sein, die gar nicht mehr gezüchtet werden muss? Oder hat es sogar vielleicht eine weitere Bedeutung, wo wir nicht so ganz dahinter steigen? Nichtsdestotrotz, egal was Vegapunk auch versucht hat, selbst mit der Mutterflamme war es ihm ja logischerweise nicht möglich, den antiken Roboter anzutreiben. Auf die offizielle Erklärung bin ich aber auch nochmal extrem gespannt. Was es so insgesamt mit dem Traum der Freiheit und eben mit der Verbindung zum antiken Roboter so auf sich hat? Ist es so tatsächlich seine Energiequelle oder war das einfach nur so dieses Triggern, was ihn zum Aufwachen gebracht hat? War denn Emmett überhaupt ein Wesen, was überhaupt sowas wie Energie braucht? Oder ist er tatsächlich sowas wie eine Seele in einer Metallhülle gewesen, die eigentlich nur darauf gewartet hat, aufzuwachen? Irgendwann wird es bestimmt aufgeklärt, es ist wie immer eigentlich einfach nur eine Frage von Jahren. Jedenfalls, als diese ganzen Vorbereitungen der Vegapunk zu Ende gestellt waren, war dann der Zeitpunkt gekommen, ihre Erinnerungen zu löschen. Das war so das letzte Puzzlestück zum Masterplan und natürlich das Einzige, was da noch gefehlt hat, war die eigene Nachricht an sich selber. Vegapunk hat an sein unwissendes, zukünftiges Ich nämlich geschrieben, dass er an sich selber glauben soll und sterben. Außerdem gibt es noch eine weitere Sache, die aber vor uns irgendwie geheim gehalten wird. Also keine Ahnung, ob Vegapunk wirklich noch was weiteres in der Hinterhand hat oder ob es auf das Ende des Kapitels nochmal abspielt. Jedenfalls haben wir jetzt auch das Background festen, dass er auch schon damals zu Sanji gesagt hat, dass sie ihn bloß sterben lassen soll, weil er sich ganz sicher ist, dass dann was extrem krasses passiert. Natürlich damals für Sanji ein absolutes No-Go gewesen, jetzt aber im Nachhinein eine richtig heftige Sache, die ganz vieles auf der ganzen Welt jetzt verändert hat. In der Gegenwart aber wieder angekommen, freuen sich selbstverständlich alle auf Elban, bis auf Ruffy, der immer noch nicht zu Kräften gekommen ist. Er hätte sogar am allerliebsten, dass sie die ganzen Feierlichkeiten etwas dahinten verlegen, damit er auch mitmachen kann. Aber selbstverständlich kann man Lissop, Boogie und Woogie gar nicht mehr aufhalten. Und Chopper befindet sich sogar in ihrem Bad. Offiziell endet es aber an eine letzte Erinnerung von Sanji an Vegapunk. Und zwar, wie in den Spoilern schon gesagt, und worauf vielleicht dieser abgehackte Satz anspielt, meint Vegapunk zu Sanji, was das One Piece angeht. Hoffe ich wirklich inständig, dass ihr es erlangt. Und ja, damit haben wir den zumindest meiner Meinung nach besten Abschied, den man Vegapunk so geben könnte. Für mich persönlich eine extrem traurige Angelegenheit. Ich habe mich auf Vegapunk schon extrem lange gefreut. Wirklich, schon seit Water 7 Zeiten hat man sich immer versucht auszumalen, wie er vielleicht irgendwie aussieht. Und dann waren wir endlich auf Egghead in seinem Arc. Und damit ist es auch alles geendet. Vegapunk wurde umgebracht. Und das war es insgesamt. Es sind aber trotzdem noch einige offene Fragen da. Wie zum Beispiel auch, was das alles mit Kizaru auf sich hat. Wusste er, dass Vegapunk eigentlich sterben will? Wurde ihm schon Bescheid gesagt? Hat er deswegen mit versucht, Vegapunk umzubringen? Hat er ihn deswegen auch mit verletzt? Und war er vielleicht sogar derjenige, der Ruffy damals das Essen gebracht hat? Trotzdem, alle Sachen erstmal außen vor. Nächster Halt ist Elban. Die Vorfreude ist zu Recht da. Und ich bin mir ziemlich sicher, die einen oder anderen Mysterien, gerade auch was Nika angeht, werden dort bestimmt gelüftet. Die nächste Woche ist keine Pause, Freunde. Ich bin schon auch echt auf eure Meinung gespannt. Zum ganzen Egghead Vorfall, zum ganzen Egghead Arc. Und was eurer Meinung nach so die nächsten Wochen auch passiert. Jetzt seid ihr im Zug. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar zu dem Ganzen da. Ich lese mir das alles auch nur allzu gerne durch. Das war es aber auch von mir. Wenn euch brandaktueller One Piece Content interessiert, vergesse ich ein Abo dazulassen. Auch über euer Like freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Wir wünschen euch eine sehr schöne Zeit. Ciao.